Hallo und herzlich Willkommen in LIS, im Lern- und Informationszentrum der Higa. Das ist unsere Bibliothekarin, Frau Becker. Wieso eigentlich LIS nicht einfach Bibliothek? Zum einen, weil LIS hier alle Gäste begrüßt. Zum anderen, weil es hier so viel mehr gibt als nur Bücher. Zeitungen und Zeitschriften zu verschiedenen Themen und in verschiedenen Sprachen. Lernhilfe zu fast allen Fächern, um das Schülerleben zu erleichtern. Lektüren für den Unterricht und zur Unterhaltung findet man hier in Französisch, Englisch oder auch als Comic. Und eine große DVD-Auswahl. Außerdem können wir hier 10 Computer-Arbeitsplätze nutzen. Dann haben wir auch noch 4500 CDs. Wörterbücher, Atlanten und Bibeln sind in Klassensatzgröße vorhanden und müssen nicht von zu Hause mitgebracht werden. Bei Fragen zur Schulbuchausleihe ist Frau Becker die erste Ansprechpartnerin. Am Anfang des Schuljahres werden die Schulbücher hier ausgeliehen und am Ende wieder zurückgegeben. Genau wie alle Bibliotheken befindet sich das LIS ständig im Wandel. Es lohnt sich also immer wieder nach neuen Medien zu stöbern. Ab der 7. Klasse können die Medien ausgeliehen werden. Das LIS ist ein guter Ort zum Lernen und Hausaufgaben machen. Oder um die Freistunden für eine kleine Auszeit zu nutzen. Über das Wunschbuch oder über die Bibliotheks AG können wir das LIS aktiv mitgestalten. Außerdem starten hier regelmäßige Aktionen wie das Adventspuzzeln, das Literal TrueQuest und die Higa Reading Zelle mit wechselnden Kategorien. Haben wir noch was vergessen? Ja, die Öffnungszeiten aktuell montags bis donnerstags von 7.45 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 7.45 Uhr bis 14.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.